Krummacher-Forset, vierte Tour. Es gilt eine andere Zählweise. Es wird durchgezählt. K1, K2, K1, K2. Das heißt, jedem K1 steht ein K2 gegenüber. Es beginnt mit Komplimente. K1 zur Mitte. Mit der Arme,�art어주ce. Die Arme aufhören. Also, zum Fremden. Undьют, heizen, zum Kreiswosseln und Sprengeln. Und dann fahr zwei zur Mitte. Die Dame gehen in die Übung. Die Dame vorbeführen. Und nochmal malen. Dann ein Solo zum Fremden. Und weinen. Und zum Gleiswein zum Durchspringen. Und zurück zum Platz. Na eins zur Mitte. Die Dame geht in die Übung. Die Dame vorbeführen. Und nochmal. Die Dame geht in die Übung. Und dann mit dem Solo zum Fremden. Und zwei wieder hin und zum Kreißmaß in die Übung. Springen. Springen. Zurück zum Platz. Zwei. Zwei. Und dann geht die Übung. Da rein. Vorbeführen. Einmalen. Einmalen. Einmalen Solo zum Fremden. Und zum Einen. Zum Kreißmaß. Das Wasser durchgehen! Und das Wasser durchgehen! Ausgezeichnet!